Dann brauchen wir jetzt noch den gelben, den machen wir irgendwie auch da, irgendwie über den Gleisen. So, hier hin. Da fehlen noch die zwei Säulen, oder drei sogar. Okay, gut. So, dann wechsle ich das mal hier wieder. So, okay. Damit hier, der rote. Der ist da, ist er schon. So, das wäre das hier. Die neuen genügen auf jeden Fall noch. Für diese Höhe haben wir da noch mehr. Ja, wir haben noch mehr. Okay, gut. Gut, aber damit dürfte der Kran so jetzt ja fertig sein, bis auf diesen Haken da. Ja, okay, gut. Dann bauen wir den hin. Komme ich da hin? So, das passt so. Damit diese hier und jene hier. Okay, so, dann haben wir den Kran jetzt auch praktisch fertig. So, okay, gut. Das wäre der Kran. So, und vor dem Zombie hauen wir jetzt mal ab. Nach da oben. Und schauen wir mal, wie das aussieht hier. Oh ja, guck mal hier. Die kann man schön sehen hier. Da. Ja, das sieht man nur den einen da. Ja, okay. Okay, gut. Schön. Ah, jetzt hätte ich aber Lust hier. Hm. Oh, das wäre aber... Hm. Das wäre interessant. Wir könnten da hier diese Kräne machen. Bei diesem Band. Aber beim Holz muss auch noch was hin. Ja, da muss man dann aufpassen, in welche Richtung. Ja, das ist eigentlich egal. Das ist eigentlich egal. Aber ich glaube, das will ich mir abseits der Aufnahme noch mal anschauen. Dann würden wir jetzt was anderes machen. Also, dann überlege ich mir, wo ich die Kräne dann genau hinbaue. Ja. Ja, das heißt, dann räumen wir jetzt da die beiden Dinger dann noch ein. Der, das da hinten und das andere, was da vorne noch frei ist. Oder wir machen was ganz anderes. Hier, da vorne ist noch die eine frei. Und das aber, wenn wir die beiden... Ja, gut, die beiden noch... Ähm, die beiden Bahnsteige noch... Ähm, also... Voll machen. Und dann die Kräne noch alle bauen. Und dann hätten wir die... Die... Äh, die Industrie-Sachen fertig. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal wieder nach unten. So, und räumen mal das Inventar aus. Ich könnte hier aber eigentlich auch mal wieder auf- und ausräumen. Weil jetzt hier viel Krümpel rumliegt, das ich eigentlich gar nicht mehr brauche. Aber das wäre ja was für... Außerhalb der Aufnahme. Wo soll ich das eigentlich hinräumen? Ich glaube, ich stelle hier einfach mal eine weitere Kiste auf, wo das Zeug reinkommt. Für die Kräne einfach. Stellen wir die Kiste mal dorthin. Oder nee, dort. Ach, die kann ich sogar ganz dort... Moment mal, da ist sie. Ach, das habe ich ausprobiert. Nee, da soll eigentlich... Nee, ich mache das mal wieder. Ja, das Gleis kann da bleiben. Ja, ich mache das mal weg hier. So, das Gleis kann mal da bleiben. Der Rest kommt jetzt erstmal da hinein. Das auch. Das da brauchen wir. Das, 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 das. Die Steine eigentlich nicht. Ja, der Rest kann in diese Kiste. Obwohl ich die Steine, doch die Glattsteine, woanders... Nein, da haben wir Holz drin. Das Holz brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ich kann das alles wegräumen. Das da kann ich auch wegräumen. Hier haben wir noch ein bisschen Steinzeuges drin. Ich glaube, ich räume das einfach mal alles weg. Nach der Aufnahme einfach mal alles wegräumen. Kisten kann ich ja stehen lassen. Und dann räumen... Also bis auf diese Sache hier. Das kann auf jeden Fall schon mal da bleiben. Der Rest kann oben. Und da habe ich auch noch was. Die können auch da rein. Ja, okay. Für den Fall... ...dass wir doch noch ein bisschen Stein brauchen... ...lasse ich das einfach mal da. Okay, so. Okay, jetzt ist die Frage. Was machen wir jetzt? Weitere Kräne? Nee, ich weiß ja noch nicht genau, wohin. Ansonsten nicht hier so Kerüppel hinstellen. Ach so, stimmt. Da war ja die Kerüppelkiste. Ja, wir können ja damit mal anfangen. Wo war das denn? Ich glaube, ich muss doch... ...wieder neu... ...doch mal wegräumen. Hier, das da kann ich da... ...das da, das da... ...Kisten, ja. Moment mal, die sollten ja eigentlich woanders hin. Ja, genau, die sollten da hin. Für die Lampen brauche ich das auch. Oh ja, genau, für die Lampen. Moment mal. Da brauche ich hier noch... ...ääh, rote und weiße. Ja, genau. Ich nehme mal welche mit. Weiße müssen wir noch machen. Oder haben wir hier noch weiße irgendwo? Weißer, gebrannter Ton. Ist schon mal nicht verkehrt. Oh ja, hier haben wir noch welche. So, was haben wir hier? Hier, das kann eigentlich weg hier. Das müsste eigentlich auch weg können. Und hier... ...ääh... ...ja, das für die Schubkarren. Das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig. Was haben wir denn da? Wir schauen uns das nochmal an. Kessel noch, ja. Kisten. Schauen wir uns das nochmal an. Und dann holen wir aus dem Lager noch was. Und dann packen wir einfach das Inventar voll und stellen dann was auf. So, Kisten. Da ein bisschen Sand. Nö, das brauche ich jetzt in dem Fall nicht mehr. Kessel, ja. Jede Menge davon. Ja gut, aber ich hatte ja auch noch ein paar andere Ideen. Ja, okay. Gut. Nee. Aber die anderen Ideen habe ich jetzt gerade nicht mehr so im Kopf, ne? Da ist ein Schleim. Okay. Also, ich stehe jetzt mal so ein bisschen auf dem Schlauch. So. So. Ah, na endlich. Irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr mit all dem. Ich glaube, ich will doch was kreis anderes machen. Ich muss mal wieder zurück zu den Kisten. Dann stelle ich mal, oder? Moment mal, da kann ich... Nee, die nicht. Ich habe doch noch irgendwo zwei Kisten gehabt. Nee, da nicht. Warte da mit dran. Auch nicht. Nee, da ja auch nicht. Da auch nicht. Wo ist das Zeug denn? Da auch nicht. Da sind auch gelbe Klötze hier. Sehr gut. Machen wir gleich mal da mit rein. So. Nochmal Kisten. Nein. Oder machen wir uns eben welche. Da war doch... Nee, da war kein Holz. Da war Holz. Ähm. Hier. Ach da. Die habe ich im Inventar. Na egal. Ich mache... Ach so. Auch verkehrt. Musst du ja mit Holz... Also mit Brettern machen. Einmal rum und nochmal rum. Und wir könnten aber auch... Ach so ja. Erstmal noch eine weitere Kiste. Die stelle ich jetzt einfach mal... Moment. Da hin. Da kommt jetzt mal das Gerümpel rein. was wir da brauchen. Oh. Ja genau. So. So. Das da. Und das da. Wo kommt das Zeug jetzt her? Ich schaue mal, ob ich das schon gelernt habe. Ja, das habe ich schon gelernt. Und das auch. Okay. Ich werde das so alles verkräumen. Okay, gut. Ja, dann gehen wir doch mal... Ah, es ist gerade Nacht. Gehen wir mal ins Lager. Schauen wir mal, ob wir was vorbereiten können. Wie viel Eisen haben wir denn noch? Naja. Nicht gerade viel. Da noch ein Amboss. Ja genau, Amboss kann man auch mitnehmen. Ja, wir brauchen Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Gut, dann legen wir uns erstmal hin. Und dann gehen wir zur Dingsbums. Zum Agrarplatz. Und werden dann ein bisschen Eisenessenz ernten. So, gleich von hier aus. Wenn uns das Spiel lässt. So. Ja, ich packe die Sense wieder. Moment. Mach mal da hin. Jetzt bin ich gespannt, was da alles gewachsen ist. Moment, wo muss ich hin? Da lang. Wir waren ja vor nicht allzu langer Zeit. Ja, siehst du, da ist nämlich noch gar nicht alles gewachsen. Na, das ist natürlich schade. Aber nutzt alles nichts. Wir ernten jetzt mal ab, was da ist. Ja, langsam, langsam. Und dann machen wir eben aus dem, was wir eben machen können. Da haben wir ja noch ein Feld. Ja, da ist noch weniger. Ja, okay, gut. Müssen wir eben abwarten. Wir brauchen dafür noch viel Eisen. Da haben wir noch viel vor. Mit den ganzen Kesseln und so weiter. Für Schienen ja auch noch was. So, dann das da mal rein. Da sollte jetzt auch noch ein bisschen was drin sein. Ja, ein bisschen, das ist eigentlich schon ein bisschen mehr. Aber okay. Hatten wir da jetzt was übrig? Ich glaube, da war was übrig. Na ja, gut. Immerhin. So, einmal rum und noch mal rum. Und mit diesen hier auch noch ein bisschen was machen. So, fünf bleiben übrig. Ja, ist halt nicht so viel. Aber egal. Wir machen einfach was. Ja, gut. Mehr haben wir jetzt nicht. Kann ich ja auch gleich hier machen. Was machen wir hier draus? Kessel. Toll. Jetzt sind es acht Kessel. Ja, gut. Machen wir eben Kessel draus. Sieht's hin. Ja, gut. Ja, also wie gesagt, wir brauchen noch sehr viel Eisen. Habe ich da eigentlich noch ein anderes Eisenfilter weiter hinten? Na ja, weiß ich nicht. Da muss ich einen Absatz der Aufnahme mal machen. Wir, also, abernten. Wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren. Ich gehe jetzt mal... Ne, wir können, wir können dahin gehen. Und, ähm... Ne, das hier nicht. Das ist ja schon mal verstauen hier. Ne, das muss da hin. Das ist ja für die Dings hier. Für die Kräne. So. Hatten wir hier auch noch Eisen oder so? Ne, da war ja das Holz dran. Da, Eisenerz. Ja, okay. Gut, Eisenerz. Oh, aber da könnten wir noch mal so ein Kastenkumpel schauen. Ja, genau. Das ist ja eine Idee. Da ist kein Eisen mehr drin. Ja, das räume ich sowieso alles weg dann. So, und hier ja auch nicht. Na, okay. Gut. Das Eisen, was ich jetzt im Inventar habe, lasse ich mal da drin. Wir schauen jetzt mal zum Kastenkumpel. So, ich kann mir doch gleich mal hier was mitnehmen. Ah, da kann ich mich ja hinterher portieren. Ja, sehr gut. So, den gleich auswechseln hier. So, was haben wir jetzt da drin? Da haben wir nichts dergleichen drin. Also kein Eisen. Oder Eisenerz viel mehr. Oh, doch, hier ist was. Gut, da ist sogar auch was drin. Oh ja, hier. Ja, gut. Ich nehme auch mal die Kohlekarte mit. Ja, jede Menge Kohle da unten. Oh ja. Da muss ich mal hier zur Seite räumen. Boah, cool, wie viel Kohle da ist. Sehr gut. Das Gold nehme ich jetzt auch mal raus. Dann kann das hier weiter durchlaufen. So, was haben wir hier? Da ist noch Gold. Die Kohle nehme ich mit. Da ist noch Gold. Oder... Moment mal, ich muss doch mal da oben rausnehmen. Okay, so, jetzt noch mal. Das hier. Und das hier. Gut, das war es erst mal. Hier wechseln. Ne, wir haben es schon. Jetzt muss der wieder volllaufen. Das Gold nehme ich jetzt einfach mal so mit. So, ich habe es gesehen. Gleiches Folgenende. Mal schauen, ob ich das genau hinkriege. Ich gehe da mal... Was? Das tut sie hier gar nicht. Ah doch, jetzt macht man wohl nur alle 10 Sekunden oder so. Okay, gut. Dann lasse ich den eben volllaufen. Dann ist Folgenende. So, okay. Der ist voll. Und dann sage ich mal... Bis morgen. Bis morgen.